Das ist so dumm, ne? Also, wisst ihr, Chat, Chat, wirklich, Chat, ich sag's euch, wie's ist. Wenn Despia nicht verflickst noch eins, ne? Wenn Despia nicht verdammt nochmal Tier 1 ist, wenn nicht sogar Tier 0. Wisst ihr, ich sag euch jetzt mal was. Wenn du da draußen, ich rede mit dir, Hans-Jürgen, Moment, draußen, mein Freund, Hans-Jürgen, du da. Ich rede zu dir. Ich weiß, du hast dir dein Zeug schon rangeholt. Ich bin mir dessen absolut sicher. Und ich wette mit dir, das Deck wird auch ziemlich, ziemlich toll. Aber soll ich dir auch sagen, wenn dieses Deck nicht Tier 1 ist, Ich möchte, dass du weißt, da draußen irgendwo am Arsch der Welt hockt ein schreiender Typ. Und ich werde lachen. Ich werde lachen. Wenn dieses Deck nicht Tier 1 ist. Wenn du meinst, für deinen verdammten Alistair-Klon 300 Ecken auf den Tisch zu knallen. Für dein Playset. Und wirklich. Und dann komme ich mit fucking Malicious um die Ecke hier. Ne? Und mache dich alle. Boah. Boah. Wirklich. Und wenn du nur knapp gegen mich gewinnst, dann hast du vielleicht das 3 gewonnen. Aber die Schlacht habe ich gewonnen. Weil wenn du gerade so gegen Tier 13 gewinnen kannst, haben sich wirklich die 1500 Euro für dein Tier 1-Deck gelohnt, mein Freund. Ah! 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 Lache! Oh! Vorn ich nur meine Welt blasen. Ah! Ah! Ha 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 ha.